Musik Ich mach jetzt schon mal das kleine Intro für YouTube, ja. Er hat's gerade selber minimiert. Wir sind gerade live mit der ganzen Crew, wenn man eigentlich so will. Jeder, der so ein bisschen Rang und Namen hat, im deutschen Stream-Bereich, eigentlich jeder, aber einfach eine kleine Gruppe jetzt gerade zusammengefunden. Ich werde jetzt nicht alle einzeln vorstellen. So, Finky ist dabei, Akuma ist dabei, Rime ist dabei, meine Wenigkeit. Und ja, wir recken jetzt gleich zusammen aufs Dragon Ball Legends Anniversary, auf dem Trailer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Hype ist absolut real. Und ich wundere, wenn ich dann gleich wieder in den Call zu den Jungs und den Mädels reingehe. Es ist kein Mädel dabei, aber nichtsdestotrotz. Ja, T.O.P., mal schauen, was noch so kommt. Schnauzer. Soll ich verzögert. Was? Oha. 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 Ist das jetzt ein neues Ding mit dem Artwork? Irgendwie schon. Ja, ja. 3-2-Platting Art. Ja, ja. Alter, geil. Kommt, alles skippen. Es ist ein Event-Charakter, mach die Event-Charaktere. Wie der Bo. Ja, ne? Oh, let's go. Bestes Anniversary ever. Ich bin glücklich. Der kann den Future-Hahn ablösen. Ich bin glücklich. Ist mir scheißegal. Er skippt. Future Gohan. Na, ob das was wird. Ich hab mein Ultimate-Vertum. Ich bin raus. Legends-Hybrid verliert einfach ihren besten Hybrid. Weiß nicht. Ich sag mal nicht, wie dieses Artwork gerade aussieht. Copy-and-Paste-Artwork. Ja, aber irgendwie ist das trotzdem geil. Was ist das? Und Gamer-Player, willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie letztes Jahr, dieser Scheiß. Oh-oh. Jetzt kommt der Charakter. Oha. Jungs. Ja, cheerin. Naja. One after another, die kommen alle. Ja, die für... Ja. Was hab ich dir gesagt? Was hab ich dir gesagt? Null. Die scheiß kleinen Neben-Charakter kommen. Null. Wir hören, ich guck mal. Ist das wieder die... Wird die Ex-Unit wieder mehr gehypt wie alles andere jetzt, oder was? Das war die... Wir hatten eine Feine, das ist ein Sparking. Topo. Ach, ne. Haseral, Digga. Ich wär's bin dran. Wo ist Armon? Vorher noch geredet im Stream-Schwag. Warte, es ist jetzt so Zeug wie damals mit dem Bojack-Film-Charakter, ja. Das ist wahrscheinlich wieder... Hören. Boah, Alter. Ist aber nicht all if. Ist bisher noch ein normales Parking. Transformation. Ja, ja. Oi. Aber nur die... Normal. Oder? Das sieht so aus wie Bojack, Movie-Bojack mit Final-In-Transform. Oh, ja, stimmt. Das ist nicht der Elef. Nee, der Elef ist klar, was hier kommt. Fink deinen... Äh, Finkzal. Spend deinen Moment. Ich lebe das. Ja, warte. Warte mal, wo Freezer? Hä? Komm, reißen. Ja, was ist der Mann? Oh, maul. Komm, 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 komm. Oh, yeah. Oh, schönes Artwork. Du kann das grüßen. Jetzt kommt noch der C-17-Assist. Junge, die Animation. Was? Oh, ja, das ist geil. Jawohl. Niemals. Schön gemacht. Oh, mein Gott. Übertreib, Digga. 1-Win. Achtung, Win-Swin. Dann Win-Swin. Oh, Alter. Holy shit. Ah, okay. Ja, Herr Akuma, ich beglückwünsche Sie zum... Kommt alle, Platz 1.